Einen wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Ich grüße euch. Heute machen wir mal was ganz, ganz anderes. Ich zeige euch, wie man einen Windows 10 Pro Key kauft. Ich hoffe, die Überraschung ist gelungen. Und um die Spannung auf ein Maximales zu erhöhen, und dafür bin ich ja bekannt, werde ich am Ende des Videos euch zeigen, welches Tablet ich als nächstes vorstelle. Smartphones habe ich tatsächlich nur noch eins da. Ich habe auch eine ganze Reihe von Tablets, und eins ist wirklich ganz besonders spannend. Halloween Sale, offensichtlich. Und wir haben auch wieder unseren Gutschein-Code. Das ist aber nicht der hier, das ist ein anderer. Ihr müsst euch wie immer erst mal einloggen. Ja, den Gutschein-Code. Also, ihr seid ja bestimmt unglaublich gespannt, welcher das noch sein könnte. Welcher super exklusive Gutschein-Code, den kein Schwein kennt. Also, SM und 20. Und was haben wir denn dabei? Also, ich bin ja super aufgeregt. So, 14,30 Euro. Immer noch. Preisstabil. Yeah. Inflationsbereinigt. Office kaufen wir später auch noch. Freunde, ich muss ja euch irgendwie ein bisschen Abwechslung bieten. Man weiß schon, ob es die Zahlungsmethoden geändert haben, aber eigentlich nicht. Ah ja, ist ja alles dabei, was man kennt und was man nicht kennt. Es ist eigenartig, ja. Mint kenne ich gar nicht, aber 12% ist schon richtig crazy. Aber mit Ausgerechnet Paypal hat keine Gebühren. Aber das ist ja auch gut, so werden wir die meisten benutzen. So, das war's schon. Ihr habt da eure Order-Number. Und dann zurück ins User-Center, damit ihr euch euren Key anzeigen lassen könnt. Windows 10, Schlüssel anzeigen. Beziehungsweise könnt ihr euch gleich die Rechnung anschauen. Hol dir den Schlüssel und Activation-Tipps, wenn ihr noch nicht wisst, wie ihr das aktiviert. Bei Windows ist das ja nicht das Problem, bei Office schon. So, um herauszubekommen, was wir für ein Key haben, nutzen wir Show Key Plus. Ist ein Windows 10 Key. Habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Die meisten haben Windows 7. Und ist ein OEM. Also ein Key, der für den Verkauf mit Hardware bestimmt ist, aber auch frei gehandelt werden darf. Zumindest in Europa. Was wir, glaube ich, noch nicht hatten, war der Versuch mit Windows 10 Pro Key Windows 11 Pro zu aktivieren, oder? Korrigiert mich. Probieren wir's. Okay, Windows ist aktiviert. Ja, was für eine Überraschung. Es funktioniert mit Windows 7 Keys. Also es funktioniert natürlich auch mit Windows 10 Keys. Dürfte klar sein, geschweige denn mit Windows 11 Key. So, bei Microsoft Office 2021 Professional Plus läuft das dann eh nicht ab. Hier steht CD. Ist aber ein bisschen blödsinn. Ist ja bloß der Key. So, das auch kaufe ich jetzt. 67 Euro. Der Gutscheincode SM20 funktioniert ja auch in der Asprozentual. Deshalb ist jetzt hier natürlich dann der Abzug ein bisschen größer. Und da kommen wir hier auf Final 46,93 Euro. Dann auch einfach Bestellung abschicken. Wir bezahlen wieder mit PayPal. Okay, und genau das Gleiche. Your order has been created successfully. Zurück ins User Center. Dann seht ihr eure Bestellung. So, das hat aber noch nicht verarbeitet. Habt ihr gesehen. Vorhin war es tatsächlich instant. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, ja. Aber ich hab gar nicht gewartet. Es ging instant. Während ich jetzt hier erstmal aktualisieren muss. Und dann wird euch ebenfalls der Schlüssel dann angezeigt. Das soll es schon gewesen sein, Freunde. Ich hab euch ja versprochen. Ich zeig euch noch, was ich für ein Tablet habe. Welches dann als nächstes drankommt. Aber erst mal ein TikTok. Das geht echt schneller. Ich hatte diese Woche extrem Rückenschmerzen gehabt. Und da war ich nicht so produktiv wie sonst. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ein Outdoor-Tablet, Freunde. Und es ist mega schwer. Ich glaub, das Ding wiegt ein Kilo. Das ist von Hotwave. Und mein allererstes Outdoor-Tablet. Und ihr habt wirklich keine Vorstellung. Das Ding ist so schwer wie ein Notebook. Das ist echt unklar. Ich bin schon gespannt auf den Battery-Live-Test. Das soll es gewesen sein. Ich verlinke euch das Windows-Angebot, Office und noch ein paar andere Runden in der Videobeschreibung. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Ich danke euch für euren starken Support, Freunde. Jetzt Jahresende über den Winter. Da ist das ganz besonders willkommen. Bis zum nächsten Video. Ciao. Vorsicht. Viper spinnen. Untertitelung des ZDF, 2020